Endlich ist sie da, die Fortsetzung des erfolgreichen Politkrimis Operation Grüner Kobold. Das neue Amerika. Geschrieben von Heather L. Brooks und Frank Kweiser. Wir schreiben den 2. November 2025. Der Tag, an dem die Welt fast unterging. Die American White Natives, eine rechtsradikale Gruppe, hatten mit ihrem Plan Erfolg und stürzten die USA durch einen verheerenden Atomkrieg mit China in Chaos und Anarchie. Das Weltbild ändert sich schlagartig. Doch aus der Asche der einst stolzen Nation erwacht ein neues Amerika. Das NAPD, New American Police Department, eine von Präsident Warren, aufgestellte Miliz, gelingt es allmählich, die verbliebenen großen Städte und noch bewohnbaren Gebiete unter Kontrolle zu bekommen. Hol dir jetzt den neuen Roman von Heather L. Brooks und Frank Kweiser. Überall, wo es Bücher gibt.